Ich warte für Sie. Und, solltet ihr was sagen? Ich grundsehr. So, und jetzt ist es ausgerett. Reden will er nichts mehr mit mir. Red er recht viel. Ununterbrochen. Ja, er will wirklich nicht mehr reden mit dir. Je mehr er, dass er red, umso weniger will er reden. So, wenn wir langsam, Dienst ist Dienst. Was, rutscht mir doch einen Buckel runter. Wenn du der Rennerei nicht aufhörst, dann geh zurück ins Revier. Es heißt, auf Streife gehen und nicht laufen. So, aber, welch willst du jetzt? Du, was kannst du nicht machen? Bitte, der Hund. Hilfe! Hilfe! Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, Sie. Hilfe! Nicht, halt den Arten lassen. Hilfe! Das war's für heute. Auf geht's, Bartl! Was ist denn? Ja, Bartl, auf geht's! Schneller! Da bin ich! Was ist denn los? Leg dir mal ein Zahn zu! Oder ist das so, was du drauf hast? Du bist nie ein gescheite Verfolgung! Mit dem Leben nicht! Das muss man sich mal vorstellen! So ein kleines Bunterl! Sie haben sich meinen Kollegen gesehen? Bitte? Haben Sie das gehört, was der mich fragt? Nein, was hat er gefragt? Wo sein Kollege ist, fragt er mich! Der Mann kann sich auf euch verlassen! Ja, rufen Sie ihn halt an! Sie haben doch bestimmt einen Funke oder sowas! Wir wissen, dass gleich wo er ist! In welche Richtung ist er gelaufen? Ja, viele Richtungen sind in dieser engen Passage nicht möglich, oder? Dann schau ich einmal! Ja! Aber wieder kommen wir, gell? Weiter machen wir einen Vorgang draus! Da bin ich! Hallo! Bartl! Morgen, Bartli am Stachos! Was meinst, Bartl? Probieren wir es noch einmal! Also, Servus! Bis morgen! Sauber! Sauber! Ah, doch! Junghund schnell, oder? War ich auch mal. 11, 6. 75 Meter, hm? 100. Wann? Oh, da vorne hockst du. Ja, was?